Der FDGB-Pokal war in der DDR der nationale Pokalwettbewerb im Fußball. Er feierte 1949 seine Premiere und wurde, wie auch in weiteren Sportarten, von der Einheitsgewerkschaft Freier Deutscher Gewerkschaftsbund als Wanderpokal ausgeschrieben. Nach der Wiedervereinigung wurde die letzte Auflage im Jahre 1991 unter der Bezeichnung NOFV-Pokal durchgeführt. Aus Tragungsmodus und Geschichte Die Mannschaften aus den beiden höchsten Ligen der DDR, Oberliga und Liga, waren automatisch gesetzt. Andere Mannschaften qualifizierten sich über die Pokalwettbewerbe in den DDR-Bezirken. Bis Mitte der 1980er Jahre ergab sich durch die hohe Zahl der Liga-Mannschaften ein großes Teilnehmerfeld. Bis 1975 gab es keinen festen Endspielort, danach fand das Finale bis 1989 stets im Berliner Stadion der Weltjugend statt. In den 1970er und 1980er Jahren besuchten das Endspiel jeweils zwischen 30.000 und 55.000 Zuschauer aus der gesamten DDR. Nach dem Fall der Berliner Mauer ging das öffentliche Interesse spürbar zurück. Was sich bei den beiden letzten Endspielen 1990 und 1991 mit 5.750 bzw. Besuchern widerspiegelte. Der FDGB-Pokalsieger war für den Europapokal der Pokalsieger der folgenden Saison Teilnahme berechtigt. Konnte der Pokalsieger auch die Meisterschaft für sich entscheiden, nahm der unterlegene Finalist seinen Platz ein. Insgesamt erreichten drei DDR-Mannschaften im Europapokal der Pokalsieger das Endspiel. Der 1. FC Magdeburg, der FC Carl Zeiss Jena sowie der 1. FC Lokomotive Leipzig. Während Jena und Leipzig ihre Finalauftritte verloren, konnte der 1. FC Magdeburg mit seinem Sieg 1974 gleichzeitig den einzigen Europapokalgewinn einer DDR-Fußballmannschaft feiern. Rekord-FDGB-Pokalsieger mit je sieben Pokalgewinnen sind der 1. FC Magdeburg, der kein einziges Pokalfinale verlor und die SG Dynamo Dresden, die mit elf Teilnahmen zugleich am häufigsten im Finale stand. Hansa Rostock war 1991 der letzte FDGB-Pokalsieger. Die Pokale Der FDGB-Pokal ging in den Besitz des Klubs bzw. der Gemeinschaft über, der ihn entweder dreimal in Folge gewann oder der seinen fünften Pokalsieg feiern durfte. FDGB-Pokal Nummer 1 Fundus Sportmuseum Leipzig FDGB-Pokal Nummer 2 gewann der 1. FC Magdeburg nach seinen Pokalsiegen von 1964, 1965, 1969, 1960, 1973 und 1978. FDGB-Pokal Nummer 3 gewann die SG Dynamo Dresden nach ihren Pokalsiegen von 1952, 1971, 1977, 1982 und 1984. FDGB-Pokal Nummer 4 gewann der 1. FC Lok Leipzig nach seinen Pokalsiegen von 1957, 1976, 1981, 1986 und 1987. FDGB-Pokal Nummer 5 verbleib unklar. Pokal Varianten Punkt, 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 Statistik Rekordsieger Dynamo Dresden und 1. FC Magdeburg Rekordfinalist Dynamo Dresden Meiste Finalniederlagen BFC Dynamo Höchste Zuschauerzahl 55.000 Niedrigste Zuschauerzahl 4.800 Trainer mit den meisten Titeln Heinz Krügel und Hans Meier Der erste und der letzte Titelgewinn gelangen mit Johannes Menti aus Duisburg bzw. Uwe Reinders aus Essen, Trainern aus dem Ruhrgebiet. Hans Meier ist der einzige Trainer, der nach der Wiedervereinigung auch den DFB-Pokal gewinnen konnte. Punkt, die Endspiele im Überblick Die Endspiele im Überblick